Moin, hallo und herzlich willkommen. Matze wieder am Start und wir wollen jetzt Skycrawlers machen. Dazu müssen wir auf das Palang R-Field, um dort noch Informationen bezüglich der Drogen nachzuforschen. So, den Punkt auf der Karte habe ich uns schon mal markiert, das ist bei 182, 156 und ja, ich kann auch wieder mit Nvidia Geforce Experience aufnehmen. Das ging gestern nicht, schade eigentlich, ich hatte vier Quests erledigt in Fort Narith und das erste Mal im PvE-Modus und auch heute sind wir wieder im PvE-Modus unterwegs. Ich will das mal ein bisschen testen, kam mir gestern wirklich sehr, sehr einfach vor, also vier Quests in Fort Narith, das war schon mehr als ich eigentlich erwartet habe. Ich habe damit auch darauf gehofft, dass wir wenigstens das eine fest im ersten Anlauf wenigstens direkt hinkriegen, aber es sind im Endeffekt vier gewonnen. Naja. Ich weiß noch nicht mal, ob ich dieses Korb jetzt hier besser finde als das andere, das ist einfacher sozusagen. Das ist doch mal ein bisschen unständlich, etwas klein zu machen. Ich sehe keinen auf der Kammer, wo ist Gott geschossen. Und das? Und das ist halt mal etwas, was mich, was ich mich frage. Sehe ich meine, oder Gegner, der Gegner sind es ja nicht mehr jetzt im PvE-Modus, aber sehe ich die anderen Fraktionen? Nicht mehr jetzt hier, weil gestern war es ganz komisch. Ja, schaut euch am besten das Video an zu Fort Narith. Ich habe dort ganz komische Geräusche gehört und habe aber niemanden gesehen. Also es wurden Türen geöffnet, irgendwie auch Reißverschluss, wahrscheinlich auch eine Tasche aufgemacht oder so. Erstmal ein bisschen umständlicher wieder, ich komme gar nicht so richtig rein. Ich bin noch hier Tarkov verseucht sozusagen, weil ich da spiele ich jetzt auch wieder recht intensiv, aber auch nur im PvE-Modus. Aus dem einfachen Grund, weil ich keinen Bock, ich möchte jetzt nicht sagen Camper, aber Camper oder Cheater oder so. Man will ja niemanden verurteilen. Wir wurden ja hier in Grayzone auch schon als Camper bezeichnet, obwohl wir aktiv unterwegs waren. Also es war halt, wir waren halt gerade in dem Moment, als der ins Haus reinkommen wollte, waren wir auch im Haus, ja, und da waren wir für ihn gleich Camper und so. Deswegen bin ich mit dieser Äußerung halt Camper ein bisschen, ja, ein bisschen vorsichtiger, weil man zu schnell jemanden verurteilen kann, ungerechtfertigterweise sozusagen. So, egal, ich quatsche hier schon wieder nur Löcher in die Wand oder in die Luft oder keine Ahnung, was. Hier sollen irgendwie jetzt Hinweise zu finden sein. Ist das... Ich erwarte gerade was. War das der Trottel? Ne, das will ich auch nicht aufheben. Cooler. Naja, kann ich nur was durchsuchen. Ja, gib mal her. Hm, ich soll hier mal Hinweisen suchen. Na, gib mal her den Nisten. Ah, das ist das. Das ist dieser Tappel. Diese Tappel-Dor. Dumbledore, das ist diese Dumbledore. Da brauche ich vielleicht Schlüssel. Wieso steht das nirgends, dass man hier Schlüssel braucht hat? Okay, wir haben den Schlüssel gefunden. Das weiß ich aber nicht, was der ist. Wir werden es gleich sehen. Ja. Danke, Chef, dass du uns das Ding vorbeigebracht hast. Nein. Äh, okay. Ist sogar von der Sache her besser als meine. Hat weniger Platz, aber von der Amor. Klasse erscheint. Das ist, glaube ich, besser. So, aber jetzt. Was war denn das jetzt hier? Ja, da ist das immer noch die Kiste, ja. Was war denn das jetzt hier? Überall taucht ja so ein Loot-Indicator auf. Man weiß nicht, ist es das jetzt? Ja, gut. Tschüss. So, geht nicht so. Ich muss es so machen. Hi. Äh, ich frage mich nur. Equipmentbox. Was ist das? Alter, wo soll ich denn hier was suchen? An drei Teufelsnamen. Na, hier war wieder irgendwas, oder? Im PvE-Modus sind sie alle nicht so gesprächig. Ich habe ja noch nichts gesehen irgendwie. Das soll aber in diesem Raum sein. To complete the mission, all you need to do is hunt down the place and search for the evidence of the truck trade. Also, um diese Hinweise für einen Drogenhandel finden. Ja, aber Alter, willst du mich verarschen? Was brauchst du denn hier noch für Hinweise? Das ist doch alles. Ach, wir haben es schon. Ach so, hat sich schon erledigt. Okay, na dann zurück. Jo, tschüss, ne? So, da ruft gleich mal Mr. Helicopter. Negative, all birds are currently dispatched. Oh, leck mich. Ähm. Negative, all birds are in the air. Request denied, all available birds are in flight. All birds are currently dispatched. Negative, all birds are in the air. All available birds are currently dispatched, 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 all available birds are currently dispatched Ich kann es nicht. Ich kann es nur abgeben.